Endlich offiziell Intels 11. Desktop-Generation Rocket Lake und das mit ersten offiziellen Benchmarks. Hallo und willkommen zu einem weiteren News-Video. Und damit dem ersten News-Video, das sich mit den ersten Events der CES 2021 beschäftigt. Selbstverständlich ist die bekannte Elektronikmesse nur rein digital voran. Trotzdem lassen sich die großen Hersteller natürlich jetzt nicht nehmen, mit großem Tam-Tam ihre neuen Produkte vorzustellen. Daher ist die Messe auch für uns Zocker natürlich ziemlich interessant. Sowohl Intel als auch AMD und Nvidia halten entsprechende Keynotes dort ab. Intel bereits gestern, AMD und Nvidia schon heute Abend. Und das schauen wir uns gemeinsam und live auf meinem Twitch-Kanal das Monti an. Ich bin ab 16.30 Uhr online und ab 17 Uhr geht es mit der AMD Keynote los. Und direkt im Anschluss um 18 Uhr geht es bei Nvidia weiter. Und ich bin verdammt gespannt und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei seid. Und Intel stellte gestern seine neuen Rocket Lake CPUs vor, auf die ich gleich noch intensiv eingehen werde. Denn der AMD muss sich wohl dann doch ziemlich warm anziehen. Aber es gibt auch noch weitere News zu Ryzen 5000 und zu sagenumwobenen Nvidia GeForce RTX 3080T. Mal wieder, dazu aber später mehr. Starten wir daher nämlich direkt mit Intels Rocket Lake S. So heißt die neue CPU der 11. Desktop-Generation von Intel, die erstmalig seit vielen Jahren auf eine komplett neue Architektur setzt. Das bringt nach und natürlich auch Vorteile. Der große Nachteil ist, dass es aktuell technologisch wohl nicht möglich ist, dort mehr als 8 Kerne unterzubringen. Daher ist bei 8 Kernen Schluss und der 11.900K als Speerspitze des Mainstream-Bereichs schrumpft dann um 2 auf nunmehr 8 Kerne zusammen. Der Vorteil, trotz der weiterhin veralteten 14-Nanometer-Fertigung bringt die neue Architektur eine überraschend hohe Leistungssteigerung mit. Das ließen auch schon viele vorab Benchmarks vermuten. Noch dazu basiert das Ganze auf Intels 10-Nanometer-Eis-Lake-Architektur, die ebenfalls 19% höhere IPC-Leistung zeigte. Und genau da soll Rocket Lake S nämlich auch liegen. Denn Intel gibt nun eine offizielle IPC-Erhöhung von 19% an, die per SpektCPU 2017 gegenüber einem Core i9 10.900K anliegt. Soviel schon mal zur Intels eigenen IPC-Einordnung. Die aber natürlich auch wichtig sind, denn immerhin hat der 11.900K auch 20% weniger Kerne. Eine an die 20% höhere IPC ist da ja quasi schon ein Muss. Aber Intel hat natürlich auch hauseigene Spiele-Benchmarks rausgehauen, die durchaus das Potenzial haben, AMD die Krone der schnellsten Gaming-CPU der Welt wieder mal zu entreißen. Aber es sind nun mal Hersteller-Benchmarks und ja klar, diese sind in der Regel zwar echt und nicht übertrieben, aber natürlich genau auf die eigenen Produkte hinzugeschnitten. So ist zum Beispiel der Spiele-Parcours natürlich ein anderer als bei AMD. Das Testsystem basiert auf einem Z490-Mainboard mit einem Nvidia RTX 3080 und 3200er Arbeitsspeicher. Das Ganze mit Default-TDP-Einstellung der CPU. Verglichen wurde mit einem Ryzen 9 5900X, der mit einem ähnlichen Setup getestet wurde. Und heraus kam bei den von Intel gewählten Spielen eine durch die Bank höhere Leistung des 11.900K in voller AD. Das Maximum ist bei Total War 3 Kingdoms zu sehen. 8% mehr Leistung sind hier definitiv ein Brett. Und dass ausgerechnet Assassin's Creed Valhalla mit nur 2% daherkommt, ja eigentlich verwundert es nämlich kaum. Denn ausgerechnet dieses beliebte Spiel nutzt die vielen Kerne des 5900X natürlich nochmal sehr gut aus. Ein Wunder, dass der 11.900K überhaupt noch 2% mehr Leistung rausholt. Im Schnitt könnte man jetzt so von 4-5% mehr Leistung des 11.900Ks gegenüber dem 5900X sprechen. Und das ist natürlich mehr als amtlich. Worüber wir nun gar nicht gesprochen haben, sind nun die endgültigen technischen Daten des 11.900K von Intel. Denn vermutet wurde ja viel, aber in Silizium gemeißelt ist es halt erst nach den offiziellen Präsentationen. Und da verwundert nun als erstes dann doch der extrem hohe Takt. Exakt so viel wie der Vorgänger 10.900K. Nämlich 5,3 GHz mit Thermal Velocity Boost sind drin und 4,8 GHz All-Core Takt. Ich kann nur hoffen, dass Intel den Takt jetzt natürlich auch nicht wieder mit der Brechstange herausgeholt hat. Sehr gut finde ich auch, dass nun endlich ganz offiziell 3.200 MHz RAM unterstützt wird. Okay, das ist nur auf dem Papier wichtig, da besonders Intel-Plattformen natürlich mit weit höheren Frequenzen umgehen können. Aber immerhin schließt Intel damit zur AMD auf. Eine neue Grafikeinheit ist natürlich auch dabei, die GT1-Grafik basierend auf Intels Xe, die um ca. 50% schneller sein soll. Was aber jetzt erstmal viel klingt, ist gar nicht so viel, denn der Vorgänger ist mehr als nur steinalt. Endlich ist auch PCI Express 4.0 mit an Bord und das auch mit den bisherigen 400er Mainboards. Ein neues 500er Mainboard ist daher zwingend gar nicht erforderlich. Diese bieten auch kaum Vorteile außer einem schnelleren DMI-Link und besserer USB-Unterstützung. Die TDP vom Flaggschiff liegt auch gleich, also liegt sie bei 125 Watt, die beim 10.900K ja auch exakt eingehalten werden. Nur wie üblich beim PL2-Modus halt nicht, da kann der 11.900K dann für maximal 56 Sekunden stolze 250 Watt an Steckdosensaft vertilgen. Und was nun auch noch kommen soll, Resisable Bar, also das Äquivalent zu AMD Smart Access Memory. Es ist eher ein offener Standard und wird wohl demnächst auch für Threadprepper 3000 und andere AMD Ryzen CPUs kommen. Zumindest mit Nvidia Grafikkarten. Bei Intel ist dies nun sogar offiziell und könnte so noch so ein klein Turbo in Verbindung mit Nvidia Grafikkarten bedeuten. Zumindest mit Nvidia Grafikkarten. Bei Intel ist dies nun sogar offiziell und könnte so noch so ein klein Turbo in Verbindung mit Nvidia Grafikkarten bedeuten. Denn nur so kann die CPU nun auf den vollen Grafikspeicher der Grafikkarte zugreifen. Warum diese Technik übrigens erst in den Jahren 2020 und 2021 in den PC geschafft hat, ist mir schleierhaft. Denn die Technik ist an sich sogar schon steinalt. Jetzt steht eigentlich nur noch die Frage nach dem Termin offen. Und hier finde ich es ein bisschen schade, dass Intel keinen Termin nennt, außer das erste Quartal 2021. Spätestens Ende März können wir dann eine Rocket Lake CPU erwerben. Und ich habe wenig Zweifel, dass die Gaming-Krone damit zurück an Intel geht. Denn das ist aktuell nun mal als Intels einziger Trumpf. In seinen Anwendungsleistungen wird auch Rocket Lake keine Chance gegen AMDs neue Ryzen 5000 Generation haben. So viel zu den offiziellen Infos von Intel. Aber wir sind mit Intels Rocket Lake natürlich noch nicht am Ende. Es gibt nämlich sogar schon erste Overclocking-Ergebnisse, die durchaus stauen lassen. Besonders in einer so frühen Phase. Denn in einem Tweet von V-World wurde ein kleines OC-Video mit einem 11.900K gepostet. Unter extremen Übertaktungsbedingungen mit Flüssigstickstoff auf einem Gigabyte-Set 590AO6-Film mit 1,83 Volt Spannung hat es der 11.900K auf fast 7 GHz geschafft. Exakt 6.923 MHz sind für die ersten als echt geltenden Übertaktungsversuche schon mal gar nicht so schlecht. Denn sicherlich wird es im Laufe der Zeit hier und da natürlich bessere Samples geben, die noch ein bisschen mehr abkönnen. Selbstverständlich ist das kein Takt, den man im Praxiseinsatz so nutzen kann. Aber auf jeden Fall ist wohl noch so ein bisschen Spielraum noch oben bei den Rocket Lake CPUs. Hoffentlich mehr als beim 10.900K. Da war nämlich nicht mehr allzu viel drin. Die 5,3 GHz waren nämlich schon ziemlich das Maximum für den Hausgebrauch an Übertaktung. Ihr denkt ernsthaft, das war's schon mit Rocket Lake? Wie naiv ihr doch manchmal seid. Nein, nein, nein. Aktuell gibt es kein Video ohne neue Benchmarks. Denn wie gesagt, kann man den Hersteller-Benchmarks halt nur eingeschränkt trauen. Jedenfalls sind mal wieder neue Benchmarks bei Billy Billy aufgetaucht, die sogar mit einem sogenannten Qualification-Sample erstellt wurden. Also einem Sample, das dem Endprodukt dann doch sehr, sehr nahe kommt. Getestet wurde auf einem Z490-Mainboard mit 3600er RAM und einer Asus ROG Strix RTX 3090. Beide CPUs, also der 10.900K und der 11.900K, wurden dann auf 5,2 GHz übertaktet. Hier gab es nur diverse Ergebnisse. Zum einen CPU-Z mit 693 Punkten im Single-Core, was knapp 11% über dem 10.900K liegt. Aber in etwa halt genau wie die bisherigen Benchmarks, die aber wohl ohne Übertaktung stattfanden. Im Multicore ist der 11.900K mit 6723 Punkten bekanntermaßen etwas langsamer als der Vorgänger mit Haltmeer-Kern. Bestätigt wird bei diesem Benchmark übrigens der Einsatz von PC-Express 4.0. Denn in anderen Benchmarks gab es ja teils Probleme mit PC-Express, die die Spiele-Benchmarks dann ziemlich schlecht aussehen lassen haben. Auch Cinebench rockt im wahrsten Sinne, zumindest im Single-Core-Test. Dort liegt der 11.900K immerhin deutlich vor dem 10.900K. Das ist das gleiche logische Bild, aber natürlich jetzt auch im Multicore. Denn hier ist der 10.900K natürlich ein bisschen schneller. Der 3D-Mark ist für uns aber natürlich deutlich interessanter. Wenn auch nur ein synthetischer Benchmark, kommt dieser als Spiel natürlich klar am nächsten. Im normalen Firestrike-Benchmark kann der 11.900K den 10.900K klar schlagen. In den anderen Benchmarks in höheren Auflösungen ist dies aber nicht der Fall. Hier ist der 11.900K aber wirklich nur leicht dahinter. Bis auf den Time Story Extreme kann man sagen, dass beide CPUs so in etwa auf Augenhöhe sind. Und auch diverse Spiele wurden getestet. Und hier gibt es den ersten Dämpfer für den 11.900K. Denn die Benchmark spiegelt nicht so ganz das wieder, was Intel uns hier vorab gezeigt hat. Denn durch die Bank bietet der 11.900K hier keine höheren FPS als der Vorgänger. In einigen Spielen ist auch der 10.900K sogar schneller. Wobei das natürlich nichts heißen muss. Den Intel hat mit dem 5.900X von AMD verglichen. Denn auch hier kann sich der 10.900K durchaus mal absetzen. Im Mittel kann man wohl eher sagen, dass der 11.900K in den getesteten Spielen im Schnitt gleich auf vielleicht jetzt minimal schneller ist als der 10.900K. Aber es kommt halt extrem auf die Spielerauswahl an. Ja, es ist nämlich weiter einfach abwarten und auf offizielle Tests warten. Und weiter mit Intel und TSMC. Jawohl, eigentlich eher zwei Konkurrenten, denn beide sind halt chipfertiger. Nur hat Intel halt die letzten Jahre enorme Probleme bei der Produktion der eigenen Chips gehabt. Und so gehen aktuell nämlich Gerüchte um, dass Intel Gespräche mit TSMC und sogar mit Samsung aufgenommen haben soll. Das geschieht zum einen, um die Fertigung natürlich allgemein zu entlasten, aber sicherlich auch, um TSMC deutlich fortschrittliche Chipfertigungen auch für kleinere Strukturen nutzen zu können. Fraglich ist nur, wie das gehen soll. Denn zumindest TSMC hat aktuell wohl schon fast zu volle Auftragsbücher. Wie Intel da noch irgendwie reinpassen soll, das ist aktuell dann doch ziemlich fraglich. Denn in einem neuen Bericht von Digitimes nach hat TSMC enorme Probleme, um die Bedürfnisse der Kundschaft überhaupt zu befriedigen. Das sind zum Beispiel AMD und Nvidia sind. Und damit natürlich auch die Next-Gen-Konsolen, Playstation 5 und Xbox Series X und S betreffen. TSMC kann angeblich nicht genug Chips liefern, weil ein sogenanntes ABF-Substrat nicht in entsprechenden Mengen geliefert werden kann. Und so kann das Haus eigenes Silizium dann nicht in entsprechenden Mengen produziert werden. Und ohne Silizium bekanntlich keine Chips. Nun das Schlimmste daran, es wird nicht erwartet, dass sich diese Situation in der nächsten Zeit überhaupt bessern soll. Ein schlechtes Zeichen für die ohnehin schon schwer gebeutelte Next-Gen-Hardware, wie zum Beispiel Ryzen 5000, EXX 1000 und EXX 3000 Grafikkarten. Endlich reden wir mal über etwas anderes als Intel. Tja Leute, aber aktuell hat Intel Nummern einfach Priorität. Das wird sich in den nächsten Tagen aber glaube ich wieder ändern. Nur noch eine kleine AMD Ryzen 5000 News, die ich aber wieder mal sehr interessant finde. Es geht nämlich um die Ausbeute entsprechender CCD-Chips auf Ryzen 5000 CPUs. Und wie bekannt werden für die besseren CPUs wie Ryzen 5900 und 5950X auch besonders hochwertige CCD-Chips genutzt, die halt so ein bisschen mehr Takt etc. abkönnen. Beim 5900 und 5950X sind dabei immer zwei davon zu je acht Kern verbaut. Logischerweise sind vier Kerne beim 5900X dann deaktiviert. Bei den kleineren CPUs befindet sich in der Regel aber nur ein CCD mit acht Kern auf dem Board. Das ist natürlich auch logisch, dass bei zwei CCDs zu höheren Latenzen kommen könnte. Nun wurden aber tatsächlich Ryzen 5600X und 5800X CPUs mit eben zwei CCDs gesichtet. Also beim 5600X eine 6-Scan-CPU mit physikalisch 16 vorhandenen Kernen und das ist schon ziemlich interessant. Zum einen finden findige User vielleicht ja noch eine Möglichkeit weitere Kerne freizuschalten, wobei ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen kann. Sowas war vor 20 Jahren vielleicht mal möglich, aber nicht im Jahre 2021. Ja und zum anderen wären das dann wohl 5900X und 5950X CPUs, die halt die Qualitätskontrolle wohl nicht geschafft haben. Ja und was macht man dann am Ende mit solchen CPUs? Ja natürlich werden diese jetzt nicht einfach so entsorgt, denn die Kapazitäten, die sollten natürlich maximal ausgenutzt werden. Es werden also teildefekte CPUs einfach zum 5600X und 5800X umgelabelt. Ob sich durch die zwei CCDs nun irgendwelche Nachteile ergeben, ist übrigens nicht bekannt. Vorstellen kann ich mir das allerdings nicht. Ja mehr dazu gibt es auch gar nicht zu berichten. Interessant finde ich solche CPUs aber allemal. Wäre es nicht schön, wenn man die deaktivierten Kerne dann doch irgendwie vielleicht wieder aktivieren könnte? Und wisst ihr noch, damals, also im letzten Video, als ich noch davon berichtete, dass Nvidia GeForce RTX 3080T womöglich gestrichen wurde? Ja, das waren damals noch verrückte Zeiten. Und der Schock, der saß ja bei vielen ziemlich tief. Natürlich auch, ich würde mich über so eine Karte unheimlich freuen. Nun entspannt sich die Lage aber wieder so ein bisschen, auch wenn die Meldung jetzt natürlich nicht grundsätzlich falsch war. Denn der gleiche Twitter-User namens Haro Kase twittert nun die Entwarnung. Die RTX 3080T ist wohl dann doch nicht komplett gecancelt, sondern halt nur verschoben worden. Denn diese soll laut Gerüchteküche ja bereits Ende Februar erscheinen. Und daraus wird jetzt aber dann wohl am Ende doch nichts. Es heißt nun, dass der Release-Dermin nun noch zu bestimmen sei. Ja und warum das Ganze? Na, ziemlich sicher sind auch hier Lieferproduktionsprobleme die Ursache. Denn eine 3080T ergibt natürlich verdammt wenig Sinn, wenn die bisher erschienenen RTX 3000 Karten sowieso kaum lieferbar sind. Daher wird die RTX 3080T wohl besser verschoben, bevor es zu einem erneuten Paper-Launch kommt. Ich werde euch zum Thema auf jeden Fall weiter auf den Laufenden halten. Bis dahin gucken wir uns mal an, was der heutige Kommentar des Tages sozusagen hat. Hallo und willkommen zum heutigen Kommentar des Tages. Und auch in diesem geht es um Intels Rocket Lake CPUs. Denn ja, den Kommentar suche ich mir natürlich immer möglichst passend zum Videothema raus. Das kann ich durchaus gut verstehen. Du bist ja da ganz sicherlich nicht der Einzige. Und kurz angesprochen habe ich das Thema ja vorhin sowieso schon mal. Ich bin jetzt natürlich kein Intel-Ingenieur und soweit ich weiß, hat Intel das auch nie explizit erklärt. Aber wenn Intel könnte, würde Intel natürlich weiterhin mindestens 10 Kerne anbieten. Daher gehe ich mal davon aus, dass der 10900K und der 10850K weiterhin ordentlich produziert werden. Aber es ist technisch sicherlich nicht möglich, mit Rocket Lake mehr als 8 Kerne auf einem Dial zu produzieren. Die verwandten Ice Lake CPUs für mobile Geräte, die hatten ja auch ein ähnliches Problem. Extrem schnell, aber leider halt nur extrem wenig Kerne. Noch dazu ist es so, dass Intel sich im Desktop-Bereich nur noch auf den Gaming-Bereich konzentrieren kann ja eigentlich. Denn im Anwendungsbereich ist der AMD-Zug glaube ich so langsam abgefahren. Und beim Gaming reichen 8 Kerne ja weiterhin mehr als nur aus. Daher hat Intel eventuell auch keine weiteren Anstrengungen unternommen, um überhaupt mehr als 8 Kerne auf Rocket Lake zu aktivieren. Das alles sind aber natürlich nur pure Vermutungen. Die Gründe, die können natürlich auch am Ende ganz andere sein. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich jetzt so extrem falsch damit liege. Und schon wieder hat der Monty an die Umfrage gedacht. So langsam wird es aber was mit mir oder nicht? Und aufgrund der Knappheit der Next-Gen-Grafikarten wollte ich von euch mal wissen. Besitzt du schon eine wieder RTX 3000 oder AMD EX 6000 Grafikkarte? Unfassbare 12.423 Teilnehmer. Wow, ich bin echt begeistert. Und ich bin auch überrascht, ganze 19% haben sogar schon eine und das definitiv mehr als ich dachte. Ich ging da eher von einem einstelligen Prozentbereich aus. Euch jedenfalls meinen Glückwunsch zu der neuen Grafikkarte. Wobei der Glückwunsch definitiv nicht eurem Geldbeutel geht, denn da dürfte aktuell wohl ziemliche Ebbe herrschen. 2% haben immerhin schon bestellt. Das ist allerdings nicht ganz so viel, sondern deutlich weniger als ich vermutet habe. 26% haben keine, planen aber eine zu kaufen. Und weitere 26% sind sich noch so ein bisschen unschlüssig. Und die 26% ist wohl die Zeit des Tages, denn auch weitere 26% haben keine und werden auch keine kaufen. Ja, und ich könnte mich ja eigentlich auch dazu zählen, denn ich erwarte ja eh in den nächsten Monaten das ein oder andere Test-Sample. Okay, das war gelogen, denn ihr wisst es alle, ich habe ja sowieso schon welche da. Daher muss ich mir überhaupt keine kaufen. Ja, und das war es mit dem heutigen Video und denkt dran, heute ab 16.30 Uhr in meinen Stream auf Twitch zu kommen. Dass das Video hier um 16 Uhr online geht, dürften die meisten von euch schon ziemlich spät dran sein. Also, YouTube aus und Twitch an, es wird sicherlich ziemlich spannend. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dann! Bis zum nächsten Mal.